Finde einen angenehmen Sitz deiner Wahl. Stelle die Füße gerne hüftweit auf, Hände auf den Oberschenkeln abgelegt. Kreise die Schultern einmal zu den Ohren und nach hinten. Nimm wahr, wie es dir gerade geht. Und dann reibe deine Hände, bis sie angenehm warm sind. Und lege deine Hände auf deine Ohren. Schirme deine Ohren für einige Atemzüge von der Außenwelt ab und genieße die Ruhe. Dann lege die Hände auf die Oberschenkel. Und bringe jetzt Zeigefinger und Daumen jeweils an ein Ohrläppchen. Und massiere es mit kreisenden Bewegungen in die eine Richtung und auch in die andere Richtung. Und wandere jetzt mit den Zeigefingern und Daumen langsam deinen Ohrmuschelrand auf beiden Seiten hoch und ziehe den Ohrmuschelrand sanft auseinander. Wandere wieder zurück zu deinen Ohrläppchen, massiere sie erneut. Und dann schirme deine Ohren noch einmal von der Außenwelt ab. Schließe gerne deine Augen. Dann lege die Hände auf den Oberschenkeln ab. Wenn du die Augen noch nicht geschlossen hattest, schließe sie jetzt. Lausche nach innen. Nimm wahr, wie es dir jetzt geht. Und dann ganz langsam blinzelnd öffne deine Augen. Komme zurück ins Hier und Jetzt.